Am Sonntag, den 27. Juni, ging mit dem Gottesdienst in der Trinitatiskirche in Jade eine Ära zu Ende. Zusammen mit seiner Frau Tatjana verlässt Pastor Bernd Passage die Gemeinde Jade in Richtung Hessen. Dort tritt er am 1. August seine neue Fahrstelle an. Doch zuvor feierte die Gemeinde einen Abschlussgottesdienst. Musikalisch begleitet von den Amateuren eröffnete Kirchenratsvorsitzende Uwe Nickemeyer den Gottesdienst. Bernd Passage übernahm später mit Gesang und einer letzten Predigt den Gottesdienst. Nach dem Motto Gott macht das schon sprach er über Hoffnung und den menschlichen Umgang miteinander. Nach der Segnung verließen Pastor Passage und seine Frau mit stehenden Applaus der Gemeindemitglieder die Kirche, um am Ausgang die vielen Wünsche für den weiteren Weg entgegenzunehmen. Auch die ein oder andere Träne floss dabei. Im Anschluss hatte jedermann auf der Wiese beim Gemeindehaus die Möglichkeit, Bernd Passage persönlich zu verabschieden und ein paar Worte zu sprechen. Diesen Aufruf folgten viele. Jade TV wünscht Bernd und Tatjana auf ihrem weiteren Weg alles erdenklich Gute und Liebe. Ihr macht das schon. Werder in der Stadt nhinde Wie langt das nicht? Wie langt das nur servants? Was erwasen nicht?